Ja, das ist schon so lange her. Ihr erinnert euch doch noch an Ronnys Popshow, die Musiksendung mit dem Affen. Nein, 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 nicht den Affen. Ich meine das Original, das uns die Musik der 80er in die heimischen Stuben brachte, lang bevor das Privatfernseh seinen unaufhaltsamen Siegeszug antrat. Oh ja, diese Sendung hat mich vor nie geahnte Herausforderungen gestellt. Denn wie recherchiert man etwas zu einer Show, deren Wikipedia-Eintrag so aussieht? Das sind gerade mal acht Zeilen. Das ist weniger als nichts. Aber wenn ihr trotzdem wissen wollt, was ich beim Ansehen der alten Folgen so alles gefunden habe und warum ich bei diesem Beitrag mehr Flashbacks hatte als bei jedem anderen Video davor, dann solltet ihr dranbleiben. Willkommen beim Fetten Loser im Exil. Ich bin der Fette Loser im Exil. Und heute habe ich euch einen Beitrag mitgebracht, bei dem ich zunächst nicht sicher war, ob ich daraus wirklich ein informatives Video gestalten kann. Aber dann hatte ich so viel Freude bei der Recherche, dass es einfach unfair gewesen wäre, sie ganz allein für mich zu behalten. Bei Ronnys Popshow handelte es sich um eine Musiksendung, in der sich aktuelle Musikvideos mit Moderationen und Sketchen abwechselten. Ähnliche Formate gab es bereits seit den frühen 70ern, wie zum Beispiel Disco mit Ilja Richter, der Plattenküche mit Helga Feddersen und Frank Zander, dem Nachfolgeformat Bananas oder Vorsicht Musik, ebenfalls mit Frank Zander und Herrn Feldmann. Allerdings führte bei Ronnys Popshow tatsächlich ein Affe durchs Programm. Und bis auf gelegentlich auftauchende Stargäste verzichtete man gänzlich auf den Einsatz von menschlichen Moderatoren. Als die Sendung 1982 im ZDF startete, war der Einsatz von Musikvideos im deutschen Fernsehen noch eher die Ausnahme. Allenfalls der Musikladen brachte uns ab und an mal einen dieser Clips. Doch das Jahr 82 sollte eine Wende in dieser Praxis markieren. Denn Ronnys Popshow war die erste Show im deutschen Fernsehen, die ausschließlich auf dieses neue Medium setzte. Ja, man könnte tatsächlich sagen, dass Ronnys Popshow da einen Trend losgetreten hat. Denn bis dahin waren solche Musiksendungen immer sehr aufwendig und kostenintensiv produziert, weil man die entsprechenden Sänger und Bands eigens für ihren Auftritt einfliegen ließ. Und anders als bei den Formaten Die Plattenküche und Bananas von der ARD, setzte man beim ZDF zudem auf die Aufzeichnung vor einem Live-Publikum. Ronnys Popshow ging da ganz andere Wege. Hier fehlte der Live-Charakter, den man bis dahin kannte, vollends. Es war tatsächlich eine reine Clipshow. Als Inspiration für die Sendung kann man wohl den amerikanischen TV-Sender MTV sehen, dessen gesamtes Konzept auf der Sendung unterschiedlichster Musikvideos beruhte und der trotz zahlreicher anfänglicher Pannen schnell an Popularität gewann. Der Sender ging am 1. August 1981 an den Start und damit rund zehn Monate vor Ronnys Popshow, deren erste Folge am 14. Juni 1982 über die deutschen Bildschirme flimmerte. Der Erfolg der Sendung brachte eine ganze Reihe ähnlicher Formate hervor, wie zum Beispiel Tommys Popshow, die am 27. November 1982 ebenfalls im ZDF ihre Premiere feierte. Oder auch Formel 1, eine Pop-Sendung, die im Gegensatz zu den Formaten des ZDF ab dem 5. April 1983 wöchentlich ausgestrahlt wurde. Und was bekommen wir bezüglich dieser wegweisenden Sendung von Wikipedia geboten? Gerade mal acht Zeilen. Dabei ist gerade die Entstehung dieser Show unheimlich interessant. Und wie? Denn als das ZDF sich dazu entschied, die Sendung Disco mit Ilja Richter am 22. November 1982 einzustellen, exakt zwei Tage vor Richters 30. im Geburtstag, war die Nachfolgesendung Vorsicht Musik mit Frank Zander bereits gestartet. Sie erlebte ihre Premiere am 11. Oktober 1982 und nur 15 Monate später, also am 4. Januar 1984, war auch schon wieder Feierabend. Diese Entscheidung resultierte im Grunde aus dem Erfolg von Ronnies Pop-Show. Denn sie war durch die reine Verwendung von Musikvideos wesentlich kostengünstiger, schneller und einfacher zu produzieren. Und als der WDR dann auch noch mit Formel 1 eine wöchentliche Musiksendung an den Start brachte, machte es nicht mehr wirklich Sinn, das Format weiterzuführen. Ronnies Pop-Show hingegen war ein wahrer Publikumsmagnet und unterschied sich gravierend von Formel 1, weshalb das ZDF weiter an der Sendung festhielt. Dazu kam Otto Walkes steigende Popularität, die besonders durch seine immens erfolgreichen ersten beiden Otto-Filme quasi durch die Decke ging. Das war auch einer der Gründe, warum die Folgen so unregelmäßig erschienen. Otto Walkes war ja nicht nur die Stimme des Affen, sondern auch der Produzent, Autor und Regisseur der Show. So wurden während ihrer sechsjährigen Laufzeit bis zum 19. Oktober 1988 auch insgesamt nur 13 Ausgaben und ein Special, welches am 11. April 1991 nachgeschoben wurde, produziert. Allerdings kam mit jeder neuen Sendung auch eine Ronnies Pop-Show LP in den Handel, welche die aktuellen Hits aus der jeweiligen Folge enthielt. Diese Reihe wurde noch mehrere Jahre lang fortgeführt und endete erst nach der 31. Ausgabe 1998. Es ist schon erstaunlich, was diese Sendung für einen Einfluss auf die deutsche Fernsehlandschaft hatte. Dabei bin ich mir sicher, dass das Ende der Show hauptsächlich mit dem Überangebot an Musiksendungen zusammenhing, das durch die Sender MTV, VH1, Musicbox zustande kam, die auf einmal frei empfangbar waren und damit waren Musikvideos eben rund um die Uhr verfügbar. Tja, dabei hatte mal alles so schön angefangen. Das kann man wohl sagen. Denn als ein 33-jähriger Otto Walkes eines Tages im Hamburger Hansatheater saß und Adrians Chimpansen-Review sah, kam die Idee für die Show. Dabei hatte es ihm ein ganz bestimmter Schimpanse angetan, der Otto durch seine Darbietung enorm beeindruckte. Und so machte ihn der Entertainer zum Star seiner neuen Show. Nun aber, verehrte Zuschauer, laden wir Sie ein zu einer musikalischen Unterhaltung ganz besonderer Art. Meine Damen und Herren, wir sind stolz darauf, Ihnen unseren Moderator Ronny vorstellen zu können. Einen Entertainer, das darf man wohl sagen, der hierzulande einmalig ist. Freuen Sie sich auf ein tierisches Vergnügen mit viel Popmusik und mit Ronny. Darüber, was mit Ronny nach dem Ende der Sendung geschah, gibt es verschiedene Berichte. Die einen sagen, er wäre in einen Zoo gekommen und dort 2014 gestorben. Die anderen sagen, er sei kurz nach der letzten Sendung 1988 verschieden und dies wäre auch der eigentliche Grund für das Ende der Show gewesen. Ronnys Entdecker Otto Walkes brauche ich wohl nicht erst vorzustellen. Der gebürtige Ostfriese ist wohl einer der kreativsten Künstler der letzten 50 Jahre. Er ist nicht nur Komiker, sondern auch Comiczeichner, Autor, Musiker, Schauspieler, Synchronsprecher, Produzent und Regisseur. Zuletzt machte er im August 2023 ungewollt Schlagzeilen, als der WDR sich dazu entschied, zu Beginn aller neuen Folgen der Otto Show von 1973 einen Warnhinweis einzublenden. Darauf wusste der gewitzte Comedian allerdings entsprechend zu kontern. Liebe Zuschauer, bevor nun die neueste Folge der Heute Show endlich wieder zum gemeinsamen Fernsehvergnügen einlädt, noch ein kurzer Warnhinweis. Die folgende Sendung ist kein Bestandteil der Fernsehgeschichte, denn sie ist ja noch gar nicht gelaufen. Für den Fall, dass sie Passagen enthalten sollte, die morgen als diskriminierend empfunden werden, bitten wir heute schon um Entschuldigung. Mein Tipp, schauen Sie stattdessen lieber alte Otto Shows in der WDR-Mediathek. Was denn? Wie bitte? Die sind auch diskriminierend? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Vielleicht sollte ich auch wieder Warnhinweise vor meinen Sendungen einblenden. Wie zum Beispiel, Vorsicht, der Genuss dieser Sendung könnte sie mit unnützem Wissen belasten. Oder, Achtung, die nächsten Minuten könnten ungeahnte Flashbacks in ihnen auslösen. So ging es mir nämlich, als ich die erste Folge ansah und einen längst vergessenen Song wiederentdeckte. Es ist Montag, 14. Juni, 1930. Tja, hallo, Freunde! Und als ich mir dann noch die restlichen Folgen zu Gemüte führte, durchfuhr mich ein nostalgischer Schauer nach dem anderen. Es gab in dieser Sendung so viele Songs, die untrennbar mit dem Gefühl der 80er verbunden sind und die heute fast vergessen scheinen, da sie weder im Radio gespielt werden, noch auf irgendwelchen 80er Compilations zu finden sind. Oh, Captain Nova! First, we take Manhattan. All the songs I sing are the same as soon it starts raining in my mood. Give it a little bit of heart and soul Give it a little bit of let you go Es ist ein Jammer, dass man diese Songs heute kaum noch zu hören bekommt. Doch wie sage ich immer, sei nicht traurig, dass es vorbei ist, sondern freue dich, dass du dabei gewesen bist. Ja, ich hätte euch gern noch einige Bonusinfos geliefert. Aber außer, dass Ronny eine Jeansjacke in Kindergröße 156 trug, gibt es da gar nichts. Es sei denn, ihr seid bereit und das Reboot aus der Hellen. Na, das hätte ich nicht besser sagen können. Obwohl, ich habe es ja gesagt. Egal. Am 5. Januar 2017 bekamen wir das unvermeidbare Reboot der Show von RTL Nitro. Und Freunde, wenn ihr euch schon über das Büh-Monster aufregt, dann habt ihr das bestimmt nicht gesehen. In der Neuauflage verzichtete man nämlich gleich komplett auf echte Affen und ersetzte den ikonischen Moderator gegen das hier. Eine Handpuppe, die in etwa so lustig war wie ein Stein im Schuh. Sie wurde geführt von dem Puppenspieler Martin Reinl, dem gefühlt einzigen Puppenspieler Deutschlands. Er ist zudem als Stand-Up-Comedian und Synchronsprecher tätig und wenn ihr die animierte Mr. Bean-Serie kennt, habt ihr ihn zumindest schon mal grunzen gehört. Zudem spielt er die Figuren Elmo und Grobi aus der Sesamstraße und betreibt zusammen mit Julian Schlichting den Podcast Puppkultur. Der Mann hat sicher einiges auf dem Kasten, aber dieses Reboot kam mir vor wie ein Spin-Off für Kinder im Vorschulalter. Und auch wenn sich in jeder Folge ein anderer Künstler aus den 80ern die Ehre gab und sogar Otto Walkes in der Show auftauchte, war es doch ein ziemlicher Murks, der uns da serviert wurde. Tja und das war's dann auch schon wieder von mir. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und natürlich bei all meinen Unterstützern vielen herzlichen Dank. Und jetzt wünsche ich euch ein grandioses Wochenende mit lieben Menschen, die euch gut tun. Tut nichts, was Affen auf die Palme bringen könnte und denkt dran, den nächsten Beitrag gibt's am Freitag.